Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Video von Hämronutrischen Dachli, sprich Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Heute möchte ich ein bisschen was darüber erzählen, dass die Hämmerprodukte auch im Alltag sehr gut einzusetzen sind, denn unsere Philosophie vom Verzicht auf Einfachzucker oder auch Verzicht auf diverse Zusatzstoffe oder künstliche Stoffe macht natürlich auch im Alltag sehr viel Sinn. Speziell wenn es darum die Regeneration geht, um die Förderung der Leistungsfähigkeit und allgemein um das Wohlbefinden und die Versorgung der Muskulatur ist natürlich sinnvoll, wenn man bei Hämmer höheren oder längeren Belastungen die richtige Verpflegung zur Verfügung hat. Was bei mir auf keinen Fall fehlen darf, ist das Fully Charged Pre-Wert-Kaukformel von Hämmer Nutrition. Absolut geniales Produkt. Aufwärmen geht viel schneller, die Durchblutung wird gefördert, die Laktatbildung wird gehemmt und vor allem wird auch die Fettverbrennung immens optimiert. Sprich in meinem Fall, wo ich noch einige Kilos verlieren möchte, ist es sehr sehr hilfreich, das vor den intensiven Anstrengungen zu verwenden. Zudem verwende ich dann sehr gerne das Hämmer Flask. Das Hämmer Flask ist eigentlich dazu gemacht worden, um fünf Gels unterzubringen, damit man nicht die einzelnen Päckchen mitschleppen muss bzw. beim Wettkampf kann man sich einfach das Gel so reindrücken. Allerdings gibt es inzwischen hunderte Verwendungsmöglichkeiten. Man kann sich das Perpetuum als Konzentrat anmischen oder auch das Heat. Man kann in meinem Fall eine Portion Fully Charged mitnehmen, wie man es im folgenden Beispiel dann sieht. However, ich kann es nur empfehlen. Es gibt auch Einzelportionen zum Ausprobieren. Seht es euch mal an. Also der Papa trinkt auch gerne mal eine Fully, weil es ist einfach hilfreich. Ich habe einen Moment, das ist schon frisch. In diesem Fall. Aus und wohl. Und weiter geht es. Während der Belastung versuche ich auf Kohlenhydrate zu verzichten. Da haben wir eine wunderbare Lösung. Nämlich die FIS Enduro Lights. Das sind einfach Elektrolyte in Form von Brausetabletten. In diesem Röhrchen sind 13 Stück. Die gibt es auch als Einzelportionen zum probieren. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Vorteil ist, es hat keine Kohlenhydrate. Wie gesagt, ein wunderbares Elektrolytprofil. Der ganze Salzbedarf ist abgedeckt. Das heißt, wenn ich Fett verbrennen möchte oder wenn ich zwei, drei Stunden Belastung habe, wo ich nicht allzu viel Energie benötige, dann trinke ich die FIS. Sollte es anstrengender sein oder doch etwas länger dauern, greife natürlich auch ich auf Gels, Perpetuum, Heat oder was auch immer zurück. Dazu gibt es dann noch andere Erklärungsvideos oder wie gesagt die Info in unseren einzelnen Shops. Nach dem Sport sollte man sich umgehen mit den richtigen Stoffen versorgen, denn die Muskeln leiden jetzt. Die Muskeln sind erschöpft. Deshalb greife ich direkt nach dem Sport oder nach dem Schneeschaffen dann zum Recoverite zurück. Das Hemrecoverite ist wirklich das Produkt überhaupt. Ich liebe es ohne Ende. Kohlenhydrate, Eiweiß, L-Glutamin, diverse Vitamine, Magnesium. Es ist alles drin, was man braucht. Die Muskeln werden sofort umgehend versorgt und das ist einfach wichtig. Wie gesagt verzichte ich vor und während der Belastung so gut es geht auf Kohlenhydrate. Aber unmittelbar nach der Belastung ist es unumgänglich, dass man ein wenig Kohlenhydrate zuführt, auch die nötigen Proteine, um den Muskel zu schützen und zu versorgen. Ja wie gesagt Recoverite, das Ding überhaupt einfach wichtig und ich liebe es. Es schmeckt so gut. Das war nun ein paar Infos zu meinen Favourite Products. Und ihr könnt diverse Informationen downloaden oder nachlesen auf unseren Shops. Achtet darauf, dass ihr dem Shop eures Landes nachseht. Ihr findet die Links unten in der Videobeschreibung mit dem Ländercode etc. Dann könnt ihr da einmal reinschauen. Ihr könnt oben in der Suchfunktion einfach den Titel eingeben oder das Produkt oder den Zweck, den ihr erfüllen wollt. Und könnt die Informationen sammeln. Ansonsten gibt es auf dieser Seite auch unsere Kontakte. Ihr könnt mich anschreiben, ihr könnt mich anrufen. Alles kein Problem. Ich helfe euch sehr gerne weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sport. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.